Hallo und herzlich Willkommen zu Fitschein Futter für Muskeln und Hirn. Das heutige Thema sind Supplements für die Haut. Da liegt ein Paper zugrunde, was ich mir mal genauer angeschaut habe. Und das ist dieses folgende. Hier von 2024, also ganz neu. Und die haben sich verschiedene Hautsupplements angeguckt und ihre Bedeutung für eine gesunde Haut und auch für eventuelle Hauterkrankungen. Da wurden 238 Artikel eingeschlossen in diesem Review. Und die untersuchten Stoffe sind hier die folgenden, die wir natürlich dann auch im Einzelnen anschauen. Die Voraussetzung war, dass sie vielversprechende positive Effekte für die Hautgesundheit hatten, wenn man sie entweder als Nahrungsergänzung oder als tägliche Hautpflegeroutine eingesetzt hat. Oder eben auch positiven Einfluss auf entzündliche Hauterkrankungen hatten. Die Haut und die Bedeutung der Haut für unsere Gesundheit ist natürlich nicht zu unterschätzen. Die Haut ist die erste Abwehrlinie unseres Körpers zum einen gegen negative äußere Einflüsse. Also zum Beispiel UV-Strahlen, mechanische Einwirkungen, Chemikalien, Bakterien, Viren oder ähnliches. Und es wird sehr, sehr grob mit der Haut umgegangen. Das sehe ich auch immer bei unseren Athleten, was wir der Haut alles antun. Aber natürlich ist das A und O für eine gesunde Haut eine optimale Ernährung und nicht eine Irgendwie Ernährung und dann irgendeine Salbe draufschmieren oder ein Kosmetikprodukt, sondern wirklich eine optimale Ernährung. Und Ernährungsmängel haben da dramatische Effekte auf die Hautgesundheit. Und wir reden jetzt nicht von diesen klassischen Mängeln, wo dann im Blutbild der Wert unterhalb der Norm liegt, sondern wir reden davon, wenn die Ernährung mit den einzelnen Mikronutrients, also Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, nicht im Optimum ist. Das ist ganz wichtig. Also wir reden jetzt nicht von Vitamin C-Mangel wie Skorbut, sondern wirklich, wenn wir uns da unterhalb dessen befinden, was man eben für optimal hält. Und darum soll es heute gehen. Und wenn man da eben nicht optimal versorgt ist, dann hat das Folgen zum einen für die strukturelle Integrität der Haut, also wie die Haut zusammengesetzt ist. Und das ist eben die unbedingte Voraussetzung auch, dass die Haut gut funktioniert. Und das Ganze nennt man dann eben die Hautbarriere. Die Haut ist das, was überhaupt ermöglicht hat, dass die Lebewesen an Land gehen konnten. Unter anderem aber auch, dass sie sich abkapseln konnten und in einem Salzwasser eben nicht verdörrt sind, zusammengeschrumpelt sind oder eben in einem Süßwasser nicht zu einem Riesenklumpen aufgefallen sind. Also die Haut regelt unseren Umgang mit der Umwelt und ermöglicht, dass wir überhaupt mit einer veränderlichen Umwelt umgehen können. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der auch häufig übersehen wird. Also die soll keine Falten haben, möglichst, und keine Pigmentflecken und soll möglichst lange frisch aussehen. Aber dass die unser Leben überhaupt ermöglicht, auf unserem Planeten, egal wo, das wird häufig dramatisch unterschätzt. Und da möchte ich heute so ein bisschen euer Verständnis dafür wecken, was man der Haut eigentlich alles Gutes tun muss und wie wichtig das für unsere Gesundheit ist. Ich meine, die Leute, die halt von solchen Sachen wie Akne, Neurodermitis oder Schuppenflechte betroffen sind, die haben das natürlich schon lange verstanden, aber die Vielzahl eben gehen sehr schändlich mit ihrer Haut um. Was macht denn die Haut? Die Haut ist einmal eine Barriere von außen nach innen, also dass nichts Böses eindringen kann. Chemikalien, Mikroorganismen, Allergene und andere schädliche Substanzen. Aber auch ganz, ganz wichtig, die Haut ist eine Barriere von innen nach außen. Also das weiß man zum Beispiel bei Verbrennungsopfern, wenn da große Hautareale geschädigt sind, dass die dann dehydrieren und daran praktisch auch versterben können, dass die Feuchtigkeit nicht mehr im Körper gehalten werden kann. Und wenn man sich das jetzt hier so vorstellt, wie dieser Handschuh da auf der rechten Seite, dann schützt die Haut uns vor allem Möglichen. Und hier sind so zwei Finger umgestülpt, die Leute, die mir regelmäßig folgen, die wissen das auch, dass die Haut nach innen eingestülpt, also hier bis zum Ende, das ist der Darm und der besteht entwicklungsgeschichtlich eben auch aus der Außenschicht und ist ein Teil praktisch der Haut, der hat halt besondere Voraussetzungen, der muss noch mehr durchlassen und der muss eben noch mehr schützen. Also ist entwicklungsgeschichtlich gleich. Die Haut hat es da ein bisschen einfacher, die lässt fast nichts durch und er lässt in beide Richtungen fast nichts durch. Die macht es sich ein bisschen leichter. Der Darm, der muss halt selektiv noch arbeiten und muss ein paar Sachen eben reinlassen, sonst würden wir verhungern. Also nur mal zur Erinnerung. Ganz wichtige Schichten unseres Körpers, eigentlich mit die wichtigsten. Die Lunge gehört nämlich auch mit dazu. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht merken. Einfach nur mal hier, um uns zu vergegenwärtigen, wie kompliziert so eine Haut beim Menschen aufgebaut ist, aus mehreren Schichten. Oben die Hornschicht und unten drunter noch andere verschiedene Schichten, die wir, wie gesagt, uns jetzt nicht im Genaueren angucken können. Nur noch mal gleich ein Hinweis hier für unsere Athleten-Klientel. Diese Hornschicht aus den abgestorbenen Zellen, die braucht man ganz wichtig, wenn man sich zum Wettkampf färben will, weil die muss dafür da sein, dass der Selbstbräuner wirken kann. Und wenn ihr ein zu grobes Peeling macht und zu kurz davor, dann und ihr die Hornschicht komplett wegruppelt, dann kann der Selbstbräuner nicht wirken. Ganz wichtig auch, die erste Schicht muss richtig dick sein, weil nur dann kommt der Selbstbräuner gut in diese Schichten. Also nicht zu zögerlich auftragen bei der ersten Schicht. Und die andere Geschichte hier unten, das Unterhautfettgewebe. Das ist das, was man dann auch bei der Kalibermessung hiermit einbezieht. Und dann wird mit einer Formel dann rückgerechnet auf das Gesamtkörperfett. Aber für uns eben wichtig, wie viel Fett bedeckt den Muskel. Da ist das Unterhautfettgewebe, was man sehr, sehr, sehr groß anmerksam lassen kann. Nur mal das Info. Und weil wir gerade hier bei unserer Klientel sind, die Haut und ihre Durchlässigkeit für verschiedene Dinge, da gibt es ja diese Idee, dass man mit Epsom-Salz baden kann und dass man dadurch Gewicht machen kann. Das gibt es nicht nur im Kraftsport und Bodybuilding, es gibt es auch im Kampfsport, diese Idee. Und da soll man in Magnesiumsalz baden und dadurch würde dann durch das Magnesium Wasser aus dem Körper gezogen werden. Also wenn das funktionieren würde, hätten wir ein echtes Problem. Dann könnten wir auch zum Beispiel nicht im toten Meer baden. Dann würde man nämlich da tot rauskommen, weil so viel Salz im toten Meer ist, dass es aus der Haut das Wasser raussegern würde. Davor schützt uns genau die Haut, dass solche Sachen nicht passieren. Also die Eigenschaften vom Epsom-Salz in einem Bad, da verliert man genauso viel Flüssigkeit, wie man in einem Bad ohne Salz bei der Temperatur durch Schwitzen genauso verlieren würde. Also mit oder ohne Salz hat es den gleichen Effekt, einfach über die Temperatur. Sowas funktioniert nur bei Pökelfleisch, weil da eben die Zellen schon geschädigt sind. Und dann tritt eben das Wasser aus. Zum Glück haben wir unsere Hautbarriere. Und wenn man sich dann sagt, ja guck mal, da verschrumpelt doch die Haut so, das ist doch ausgetrocknet. Nein, das ist nicht ausgetrocknet. Das ist die Idee der Evolution. Und wenn man längere Zeit mit seinen Händen unter Wasser war, dass man dann besser greifen kann. Oberflächenvergrößerungen wie bei den Reptilien zum Beispiel. Also hat nichts damit zu tun, dass hier Wasser über die Haut verloren geht. Das kann man auch messen. Also diese transepitalialen Wasserverluste, das ist eine Messmethode, um die Hautbarriere in ihrer Funktion zu testen. Wenn man da sehr viel verloren geht, da ist irgendwas kaputt mit der Haut. Also vergesst das wieder. Heißbaden ist sicherlich nicht eine Möglichkeit. Selbst ein Salz braucht ihr nicht reinschüttet. Gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Das hier sind die verschiedenen Supplements. Die 14 Stück waren das, die hier untersucht worden sind. Die sind hier aufgelistet. Die gehen wir im Einzelnen nochmal durch. Natürlich mehr oder weniger ausführlich. Ihr werdet sehen, viele Sachen wiederholen sich da. Wo wir ein bisschen ausführlicher eingehen, das ist das Vitamin A. Das ist auch das Komplizierteste. Also nicht erschrecken, wenn es jetzt hier wieder ein bisschen in die Tiefe geht. Nachher wird es einfacher. Aber das Vitamin A, das hat eine besondere Bedeutung, weil es eben auch, und das sehen wir hier schon, bei der Aknebekämpfung über das Roacutan, das kennen ja viele, die mit Akne betroffen sind, auch bei unserem Bodybuilding hat das ja Einzug gehalten. Das hängt auch mit dem Vitamin A zusammen und der Wirkungsweise. Deswegen zeige ich euch das ein bisschen ausführlicher. Also, ein Vitamin A-Mangel hängt immer mit einer eingeschränkten Immunantwort zusammen. Generell des Körpers, aber ganz besonders eben auch der Haut. Und man hat ein erhöhtes Risiko für Hautinfektionen und für sündliche Hauterkrankungen. Neurodermitis, Schuppenflechte und viele andere. Das sind ja die bekanntesten. Und da reden wir, wie gesagt, nicht von diesem grammatischen Vitamin A-Mangel, wo die Mediziner die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern auch schon von einer suboptimalen Versorgung. Das Vitamin A selber ist nicht die wirksame Form, sondern da gibt es verschiedene Untergruppen, die Retinsäure, Retinal, Retinol und so weiter. Das erspare ich euch jetzt. Diese Retinsäuren, das sind die aktiven Formen von Vitamin A in dem Falle. Und die regulieren eben die Immunantwort und erhalten die Funktion der Haut und der Schleimhäute. Ganz, ganz wichtig. Was machen die und wie machen die das? Diese Retinsäure, die hat einen speziellen Rezeptor, an das sie bindet. Und sie zusammen, die Retinsäure und ihr Rezeptor, die wirken als Transkriptionsfaktoren. Was ist das? Kurzer Exkurs in die Genexpression. Jede Körperzelle hat ja die gleichen Gene. Also die, die Insulin produzieren, hat das gleiche Gen wie die Hautzelle. Und trotzdem wird das Insulin in der Hautzelle nicht abgelesen. Was abgelesen wird, bestimmen die Transkriptionsfaktoren. Die Retinsäure und der Transkriptionsfaktor und ihr Rezeptor, die binden einen Komplex und dann gehen sie an die Gene, für die sie gemacht worden sind. Und die werden dann in der Haut abgelesen. Ja, und wenn man dann zu wenig Retinsäure hat, dann wird eben in der Haut nicht das Genpotenzial ausgeschöpft, was die Haut haben kann. Und so kommt es dann eben zu diesen Hautschäden oder diesem erhöhten Risiko für Hautprobleme. Und eine hier von diesen Zelltypen in der Haut, die braucht ihr euch nicht merken, das sind Zellen, die für den Immunschutz verantwortlich sind. Die würden, wenn jetzt Bakterien die Haut befallen würden oder Viren, würden die eine Entzündungsreaktion an der Haut auslösen. Entzündungen, haben wir ja schon gelernt, die sind nicht per se schlecht, sondern die würden jetzt hier spezielle Proteine zur Bekämpfung der bakteriellen Infektion bilden. Also Bakterien geht auf die Haut, die Haut merkt das, bildet dann eine Entzündung, dann geht das Immunsystem dahin und bildet Proteine, die die Bakterien da an Ort und Stelle bekämpfen. Wenn man genug Vitamin A hat. Jetzt kommt einer von diesen speziellen Hautkeimen, der heißt Staphylococcus aureus, der macht besonders gerne Hautinfektionen. Wenn der auf die Haut kommt und man einen Vitamin A Mangel hat, dann werden, weil das G nicht abgeschrieben wird, diese Proteine nicht gebildet, die man braucht für die Abwehr. Es kommt zu einer vermehrten Hautinfektion, die Proteine werden nicht gebildet, die Hautinfektion kann nicht bekämpft werden und dann hat man erhöhtes Risiko eben, dass das Bakterium hier seinen Schaden ausrichten kann. Und zum Beispiel bei Neurodermitis, da weiß man, Staphylococcus und Vitamin A Mangel sind einer der Auslöser für eine Neurodermitis. Es kommt nämlich dann zu einer niedrigen Diversität des Hautmikrobioms, also Hautmikrobiom haben wir genau wie im Darm auch ein Mikrobiom und im Darm ist es auch so, wenn die Zusammensetzung nicht vielfältig ist, hat man immer ein Risiko für Krankheiten und so ist es auf der Haut auch und genau das passiert dann. Und das Protein, das heißt hier zum Beispiel Resistin. Das wird dann nicht gemacht, wenn man Vitamin A Mangel hat. Ja, und deswegen, wenn man das eben weiß, kommt Vitamin A in ganz vielen Hautpflegeprodukten vor. Das erhöht dann die Hautelastizität, wirkt antioxidativ, also freie radikale oxidativer Stress, das macht eben zum Beispiel Hautalterung und alle möglichen Probleme, schützt eben vor Viren und Bakterien, das haben wir gerade gehört, wie es geht, und ist für den normalen, für den guten Zustand für Haut, Haaren und Nägel zuständig. Wir erinnern uns nochmal, Haare und Nägel sind tote Anhängeteile von der Haut. Eigentlich ist es gedacht für reifere Haut mit den ersten Anzeichen von Falten, aber so wie es halt jetzt gerade ist, auch junge Menschen haben Angst vor Altern und deswegen wird es auch immer mehr von jungen Menschen vorbeugend eingesetzt. Weiß man jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Auf jeden Fall hat es eine antibakterielle Eigenschaft, die habe ich gerade erklärt, und auch so eine Peeling-Eigenschaft bei fettiger Haut und Akne. So, und jetzt kommen wir zum Roacutan, dem Isotretionin. Das ist ein Medikament mit relativ vielen Nebenwirkungen, aber auch der Goldstandard in der Akne-Behandlung. Und dieses Roacutan, Isotretionin, das ist ein Abkömmling vom Vitamin A, also ein chemisch verändertes Vitamin A. Und deswegen haben wir es hier in dieser Vitamin A-Geschichte mit drin. Das wird eben bei schwerer Akne eingesetzt, muss man eben immer das Nebenwirkungsspektrum beachten, ist aber sehr erfolgreich da und gilt als Goldstandard. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Protein, was gebildet wird, um die Hautbakterien abzutöten, die Bösen, und an der Stelle wirkt nämlich dann auch das Roacutan, und deswegen habe ich es euch erklärt. Also, Normalerweise kommen Hautbakterien auf die Haut, es wird erkannt vom Immunsystem, dann ist das Vitamin A da, das Vitamin A wirkt mit seinem Rezeptor als Transkriptionsfaktor, dann wird dieses Protein gebildet, was die Bakterien bekämpft, und die Bakterien werden abgetötet. Wenn alles gut läuft, wenn man genug Vitamin A hat, wenn man nicht genug Vitamin A hat, dann passiert das eben nicht. und das Roacutan, Isotretionin, das macht folgendes, das ersetzt das Vitamin A und führt dazu, dass auch dieses Gen abgeschrieben wird und dass man vermehrt eben Proteine bildet, die Bakterien abtöten. Das ist das Wirkungsgebiet von dem Roacutan. Viele Nebenwirkungen, aber sehr gutes Wirkspektrum. Deswegen habe ich es euch erklärt, damit ihr jetzt wisst, wie euer Akne-Medikament wirkt. Vitamin C, das ist schon lange Zeit bekannt, dass man das für die Kollagensynthese braucht. Deswegen sagen die Leute auch immer, man soll es mit dem Kollagen zusammennehmen, wenn man Kollagen supplementiert. Kollagensupplementierung, haben wir schon oft darüber gesprochen, ist ein selbstgemachtes Problem. Man könnte auch das ganze Tier essen, dann hätte man genug Kollagen, machen aber die Leute nicht. Deswegen empfiehlt sich es für Menschen, die nicht die ganzen Tiere am Stück essen, mit allem was heute als Abfall gilt, empfiehlt sich für die Leute Kollagen zu supplementieren. Und zwar nicht nur die Aminosäuren, sondern das Kollagenhydrolysat, weil das bioaktive Peptide hat, die eben die Kollagenbildung noch unterstützen. So, Vitamin C und Kollagen wirken zusammen. Achtung, bitte nochmal, Kollagen niemals als Creme von außen geben. Niemals von außen. Das kommt nicht über die Haut, das ist rausgeschmissenes Geld, sterben auch Tiere für, da wird Regenwald verabgeholzt, für die Kosmetikindustrie und das ist sinnfrei. Wenn man Kollagen benutzt, dann muss man das von innen zuführen, nicht als Creme. Nochmal, der Hinweis. Vitamin C hat die Schlüsselfunktion bei der Kollagenproduktion, die Enzyme, die das Kollagen herstellen, die brauchen Vitamin C. Das ist ein wasserlösliches Vitamin, kommt irgendwie nur schlecht über die Haut, also wenn man es in Kosmetika hat und wenn man es oral einnimmt, also in Tablettenform oder Pulverform, kommt es im ganzen Körper gut an, aber nicht so gut in die Haut. Dann hat man eine Darreichungsform gefunden, mit der geht es besser in die Haut. Das ist das sogenannte Squalene oder Squalan. Vitamin C das ist eine Substanz, die dem menschlichen Talg sehr ähnlich ist und deswegen kommt es damit gut drüber. Ich zeige euch gleich noch das Problem mit dem Squalene. Wenn man das einsetzt, dann kriegt man verbesserte Hautdicke, verbesserte Kollagenproduktion, viel besser als wenn man die freie Ascorbiensäure, also das Vitamin C so einsetzt. Ja, also bei vielen war irgendwas angesagt mit Krebs. Das habe ich fast immer weggelassen, weil das wird diskutiert, das ist wissenschaftlich noch nicht 100% und ich möchte niemanden irgendwie welche Hoffnung wecken. Das wisst ihr, kennt ihr von mir, immer wenn es um Krebs geht, bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Ja, wird auch nur diskutiert, muss man noch genauer gucken. Also, wenn man es als Squalene einsetzt, dann verbessert auch die Wundheilung, zum Beispiel nach Operationen, nach Geweberekonstruktionen oder nach Verbrennungen. Vermindert die Entzündungen in der Haut, ist sehr effektiv, auch bei Akne und fettiger Haut und es muss halt noch ein paar weitergehende Untersuchungen geben. So, was ist das jetzt mit dem Squalene, also das Talg, Vitamin C praktisch als Form in Talg. Das kommt sehr gut an, aber das hat man früher immer aus Haien gewonnen, aus Haien. Haien sind gefährdete Tiere, das muss aber nicht sein. Es ist seit einigen Jahren möglich, aus pflanzlichen Quellen Squalene oder Squalane zu bekommen. Das heißt, wenn ihr euch ein Produkt kauft mit Vitamin C in Squalene, Squalane Form, achtet bitte drauf, das muss nicht deklariert werden. Informiert euch, dass es nicht aus der Haieneber kommt. Wichtig. Gut. Dann haben wir noch Vitamin D. Vitamin D haben wir auch schon in mehreren Videos ausführlich diskutiert. Ganz, ganz wichtig, den Vitamin D-Spiegel kontrollieren lassen und nicht einfach supplementieren. Das ist immer wichtig. Lass den Spiegel kontrollieren. Für die Leute mit Neurodermitis hier nochmal, da hat man wirklich gesehen, dass man da einen guten Effekt mithaben kann, weil gerade die Leute mit Neurodermitis, da hat man auch oft gesehen, dass die einen veränderten Vitamin D-Rezeptor haben, wo es nicht zu gut binden kann. Da ist es besonders wichtig, dass man einen hohen Spiegel hat und das kann man auch äußerlich anwenden. Ganz wichtig, Neurodermitis ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Zellen, die Hautzellen, sich vermehrt teilen, als ob sie was reparieren müssten, aber in Wirklichkeit ist da gar nichts zu reparieren und deswegen hat man da diese Hautgeschichte. und Vitamin D hemmt zum Beispiel zwei Proteine, die diese Zellteilung fördern würden. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Interesse habt, ich habe ein Neurodermin- schriftliches Pamphlet, dann kann ich das nochmal veröffentlichen auf unserer Blog-Seite, müsst ihr das drunter kommentieren. Vitamin E, das wird ja immer als das Vitamin der Jugend propagiert und das ist ganz häufig in Kosmetika drin, hat auch da seine Bedeutung antioxidativ, anti-entzündlich und sogar in Supplements verbessert die Hautgesundheit von innen. Wenn man da zu wenig von hat, hat man schlechte Haut, schlechte Haare bis hin zu Haarausfall. Die Wundheilung ist schlecht, Nägel sehen nicht gut aus und das hat seine besondere Bedeutung in Kombination mit U10 und Selen, die auch weiter antioxidativ wirken, ganz besonders eben bei Neurodermitis und Schuppenflechte. Es ist eines der bekanntesten Antioxidantien und das wirkt in der Zellmembran, also in der Hülle von der Zelle. Das Vitamin C wirkt in der Zelle und die unterstützen sich beide gegenseitig. Deswegen ist auch so, dass man eigentlich nie ein Antioxidant alleine supplementieren soll, weil das dann hilflos ist. Die brauchen sich alle immer gegenseitig in der Kette. Das Q10 spielt eine Rolle in den Mitochondrien, dann das Vitamin C im Zytoplasma und das Vitamin E in der Zellinneren und das Vitamin E in der Zellmembran. Und das ist halt ganz wichtig, dass man da nicht nur eins supplementiert oder durch die Ernährung zuführt, sondern dass man alle berücksichtigt. Selen kann man auch entweder supplementieren oder hier zum Beispiel zwei Paranüsse decken ungefähr den Bedarf an Selen pro Tag. Dann haben wir noch das Biotin, gehört auch noch zu den Vitaminen. Biotin, entweder B7 oder Vitamin H. Das ist wichtig für Haare, Nägel und so weiter, also fürs Wachstum. Und hier wollte ich eigentlich nur eins ganz wichtig dazu sagen. das wird hauptsächlich als Supplement eingesetzt und ganz viele Ärzte wissen das nicht und auch ganz viele Leute, die es in so ein Multivitamin-Produkt nehmen, wissen das auch nicht. Wenn man das einsetzt und man geht zu einem Bluttest, muss man das am Tag vorher absetzen. Also es ist gar nicht so wild, mindestens acht Stunden vor der Blutentnahme nicht mehr nehmen. Also nicht, wenn man morgens zur Blutentnahme geht, das soll man ja sowieso nüchtern sein, dass man dann noch das Vitamin B einsetzt, weil das immunologische Tests stört. Also Tests, die auf Streptabidin ist ja nicht wurscht, wie es geht. Also es gibt Bluttests, bei denen das stört. Zum Beispiel Schilddrüsentests, Hormontests, Östrogen, Testosteron, Ferritin, Calcium, Troponin, Vitamin D und einige Virustests, die werden da nicht richtig funktionieren. Deswegen an dem Tag nicht mehr nehmen, am Tag vorher vielleicht auch nicht mehr nehmen, aber das wissen viele Ärzte nicht und ihr wisst oft auch nicht, wenn ihr solche ominösen Multivitaminpräparate nehmt, guckt, ob da Biotin, B7 oder Vitamin H draufsteht, dann nehmt halt einfach nicht am Tag vorher. Ihr wollt ja für die bezahlten Werte auch ordentliche Sachen rauskriegen. Ja, als nächstes ist Omega 3, also wer da noch nicht bei mir gehört hat, der hat glaube ich noch nie ein Video von mir gesehen, Omega 3 und Vitamin E, die wirken natürlich auch zusammen, die sitzen ja auch zusammen in der Zellmembran und die positiven Effekte von Omega 3, die sind unendlich und da ist ja kein Wunder, dass natürlich auch die Haut dabei ist. Die wirken im Aufbau der Zellmembran, je mehr Omega 3 man in der Zellmembran hat, desto besser, passt so, gibt natürlich auch ein zu viel, schafft aber keine, kann man messen lassen, die schützen da auch vor der UV-Strahlung, UV-Strahlung macht nicht nur Hautalterung, das sieht man halt, die kann auch Hautkrebs machen, aber wie gesagt, und natürlich therapeutisch bei Hautentzündungen, entzündlichen Hauterkrankungen, Psoriasis, Schuppenflechte und Neurodermitis. Also Basic. Basic. Wer das nicht über die Nahrung bekommt, wie gesagt, man kann auch alles über die Nahrung kriegen, oder supplementiert entweder aus Fischöl oder aus einem guten Altenextrakt, der vernachlässigt seine Gesundheit fahrlässig. Wie gesagt, man kann auch aus der Nahrung kriegen. Muss man halt gucken. Dann ist noch das Astaxantin, das ist ja im Moment auch relativ modern. Das kommt aus rotpigmentierten Meeresbewohnern, in erster Linie Alken und Grill, und reichert sich dann in den anderen Meerestieren an, deswegen ist der Lachs rot, und das wird dann auch in der Fischzucht eingesetzten Aquakulturen und ist richtig schweineteuer. Ist ein Farbstoff, und die meisten Farbstoffe wirken antioxidativ, so auch dieser, anti-entzündlich, fördert die Hautelastizität, reduziert Falten und schützt eben hier vor den Schäden von der UVA- und UVB-Strahlung und deswegen ist es häufig auch im Sonnenschutz drin und da macht es auch wirklich Sinn. Zusätzlich, was ganz modern ist, sind diese Kollagenfiller oder andere Dermalfiller, es gibt ja die unterschiedlichsten, wo man heute mit arbeitet, also es wird ja alles aufgefüllt, was nicht mehr schön aussieht und da wirkt es tatsächlich auf die Kollagensynthese, wenn es da drin ist. Allgemein wird empfohlen, dass man täglich in seinen Kosmetika einen UV-Schutz benutzt. Denkt dran, das ist dann kontraproduktiv für die Vitamin-D-Synthese, aber wer sich in unseren Breiten auf die Vitamin-D-Synthese verlässt, der hat sowieso nicht gut aufgepasst, deswegen Vitamin-D supplementieren und UV-Schutz in den Kosmetika verwenden. Das wird eingesetzt, weil man damit allergische Reaktionen gegen synthetische Produkte vermeiden möchte, Achtung, aber es ist durchaus auch möglich, von pflanzlichen oder natürlichen Substanzen eine Allergie zu entwickeln, also das ist individuell, nicht einfach nur, es ist halt natürlich, da kann ich keine Allergie kriegen, das stimmt so nicht. Kurkumin, auch das haben wir schon ausführlich besprochen, also ihr seht, die ganzen alten Bekannten kommen wieder, Kurkumin, äußerliche und innerliche Anwendungen gegen entzündliche Prozesse haben wir schon gelernt, Regulation der Talgdrüsen, das ist noch ein wichtiger Punkt, der jetzt hier speziell für die Haut ist, unter Umständen verbessert es auch Verfärbung der Haut, beschleunigt die Heilung von Wunden, Verbrennungen und Narben, beruhigt Hautirritationen durch seinen anti-entzündlichen Effekt, kann zwei Akne-Linderungen verschaffen und was ich ganz interessant finde, wollte ich eigentlich erst rausnehmen, aber diese typische westliche Ernährungsweise High-Fat, High-Sugar, das ist ja auch eine entzündliche Ernährungsweise, da kann es tatsächlich, die sich im Hautbild natürlich widerspiegelt, da kann es auch eine positive Einwirkung darauf haben, ich würde natürlich immer empfehlen, die Ernährung zu verbessern und nicht versuchen, mit einem Supplement dann obendrauf zu versuchen, die Folgen zu mindern, aber gut, ja, eingesetzt bei Schuppenflechte, bei Juckreiz, bei Gesichtsrötungen, bei Liechenplanus, also Exanthemen und naja, Rebsleicht, leicht. Gut, jetzt kommen wir hier mal zu anderen Pflanzenextrakten, der Tüpfelfarm, Tüpfelfarm, in Südamerika, wird schon seit sehr, sehr langer Zeit gegen eine Vielzahl von Hauterkrankungen genutzt, 1974, erste Komplikation gegen Psoriasis-Schuppenflechte, eine, also die Wirksamkeit und Sicherheit ist gezeigt, die ist auf jeden Fall bestätigt, allerdings gab es in 40 Jahren nur 19 Human-Studien und 6 Grundlagenforschungsstudien, das heißt aber nichts, wer macht schon Studien mit Pflanzen? Oxidativer Stress, freie Radikale, ist immer das Gleiche, fördert die Mundheilung bei entzündlichen Prozessen, aber hier auch wieder ganz wichtig, und da wird es auch sehr, sehr sinnvoll eingesetzt, UVA und UVB-Strahlen werden abgeblockt, damit auch die Hautalterung reduziert. Das ist ein ganz wichtiger Einsatzgebiet, also wirklich hier die Haut schützen vor Strahlenschäden. Genau, und dann haben wir noch hier, das ist eine Substanz, da habe ich nicht gewusst, wie viele positive Effekte die hat und wie einfach man die anwenden kann, ohne Schnickschnack, ohne alles, und das ist das Jojoba-Öl. Das ist eine wachsartige Substanz, aber flüssig. Wirkt anti-entzündlich und verbessert tatsächlich fast alle Hautsymptome, die man sich vorstellen kann. In Kosmetika ist sie als Sonnenschutz drin und zur Verbesserung der Hautfeuchtigkeit, aber jetzt hier, upsala, verstärkt die Aufnahme von Substanzen über die Haut, unter anderem eben auch von Medikamenten. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, wir schmieren was auf die Haut und es bleibt eigentlich in den oberen Hautschichten liegen und kommt gar nicht dahin, wo wir es eigentlich haben wollen. Und hier kann man das als Trägersubstanz benutzen. Es beschleunigt die Hundheilung und es stimuliert die Kollagenproduktion. Und das kann man wirklich als pure Substanz, das kann man als Kosmetikgrundlage benutzen, aber es kann man aus pure Substanz, ohne Parfüm, ohne andere Füllhilfs oder sonst was für Stoffe, kann man sich das auf die Haut tun. Das habe ich jetzt auch die letzten paar Tage schon mal probiert. Das Video mache ich schon seit Wochen, sorry, das ist schon wieder seit Ewigkeiten in der Pipeline und ich hatte schon die Möglichkeit, das Jojoba-Öl auszuprobieren. Ich habe eine sehr, sehr, sehr empfindliche Haut, die fast nichts verträgt und tatsächlich, das ist angenehm auf der Haut, das ist nicht fettig und es fühlt sich wirklich gut an. Also ich habe jetzt noch nicht Faltenreduktion gemerkt, dafür ist es zu kurz, aber auf jeden Fall, das kann man auch auf entzündliche Hautstellen tun und sehr vielversprechend. Also da bin ich jetzt tatsächlich positiv überrascht und habe mich gewundert, dass mir sowas noch nie vorher irgendjemand gesagt hat für meine sehr, wirklich gereizte Haut. Kommt auch von den Medikamenten, aber ich bin echt begeistert. Werbung. Ja und dann gibt es noch das Reiskeimöl, da ist die wirksame Substanz, die Ferulasäure, tatsächlich wird die in den USA schon ewig eingesetzt. Also Sportsupplement, Leistung steigern und vor allen Dingen im Pferdesport, Muskel aufbauend und Leistung steigern für Pferde, wusste ich auch nicht. Ja, ich lerne auch immer was dazu. Auch wieder typische Antioxidativ, Anti-Entzündlich, Anti-Aging, Verbesserung der allgemeinen Hautsituation und ja, UVA- und UVB-Schutz immer wichtig, wie gesagt, kann man nicht so oft genug sagen, wie gesagt, ein bisschen zu Hautkrebs, dann fahren wir weg. Problematisch ist das ein bisschen, dass es ein riesengroßes Molekül ist und dass es sich schlecht in die Haut einarbeiten lässt. Aber da wird daran gearbeitet, wie man die gut in die Haut reinkriegt. Da muss man noch ein paar Studien abwarten, wie man das vielleicht optimal in die Haut reinbekommt. Aber als Supplement ist es in den USA, wie gesagt, schon weit verbreitet. Scheint positive Effekte zu haben. Wie gesagt, Cholesterinsenkung und Antidiabetisch, da gibt es auf jeden Fall schon Studien zu, wer sich dafür interessiert, unabhängig von der Haut. Und dann haben wir noch das Olivenöl-Extrakt. Da ist die Studienlage noch nicht so extrem. Da muss man noch ein bisschen weitere Abweichen abwarten. Soll sogar die Blutgefäße unterstützen. Nebenwirkungen. Zu Beginn trat bei ganz wenigen, also einzelnen Verwendern, so eine akneartige Reaktion auf, die aber dann wieder verschwunden ist. Medizinisch wird es eingesetzt. Antiviral, antibakteriell, anti-inflammatorisch und antioxidativ und besonders auch für wiederkehrende Lungeninfektionen. Aber wie gesagt, da ist noch mehr Studienbedarf. Dann haben wir noch die Spirulina. Das ist keine Alge. Ich sage immer Alge, weil die so ein bisschen so aussieht, aber es sind eigentlich Cyanobakterien. Das ist eine eigene Gattung zwischen Bakterien und Pflanzen. Das wäre euch wahrscheinlich wurscht. Das wirkt zellvermehrend in der Hautschutzschicht. Da würde ich ein bisschen auffassen bei Neurodermesis. Da würde ich das nicht einsetzen, weil da wollen wir ja gerade keine Zellvermehrung. Und stimuliert die Kollagenbildung. Fettige Haut, Akne, trockene und reife Haut sind hier die Einsatzgebiete. Und für die antibakterielle Wirkung bei Herpes und bei Akne, da gibt es einige vielversprechende Studien, die müssen aber noch weiter da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir noch mehr. Wo man ein bisschen aufpassen sollte auch, das gilt für Spirulina und auch für die nächste und letzte Substanz, die ich euch zeige. Die Spirulina, die stimuliert die T1-Helferzellen. Und das ist für einige Autoimmunerkrankungen von Bedeutung, wo es auf das Verhältnis von TH1- und TH2-Helferzellen ankommt. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Leute mit Autoimmunerkrankungen, die werden das wissen. Da kommt es auf das Verhältnis von beiden an und das muss man ein bisschen auffassen, ob man so etwas machen kann oder eher lassen sollte. Das Gleiche gilt nämlich auch für Chlorella. Die kann nämlich auch die TH1-Zellantwort husten, also verstärken und da muss man eben schauen. Das ist eine einzellige Grünalke und die hat eine Unzahl von, hier sehen wir es auch nochmal, von Vitaminen und Mineralien, die man so in pflanzenbasierter Kost nicht findet, also besonders Veganer und Vegetarier geeignet, weil da auch Vitamin D in der Nahrungsquatsch Vitamin B12 findet zum Beispiel und auch Folsäure und Eisen höher sind als in anderen Pflanzen. Also für die Ernährung von Veganern und Vegetariern sicherlich sinnvoll. Immunmodulierend, antioxidativ und jetzt andere Dinge, die jetzt nicht mit der Haut zu tun haben. Kollagen-Produktion, Anti-Aging und Wundheilung wird schon überall eingesetzt, also kann man auf jeden Fall mal überlegen. Ja. Und eine abschließende Folie möchte ich euch noch zeigen. Es gibt natürlich auch noch andere Mineralien, Zink, Kupfer und Eisen, die für die Hautgesundheit wichtig sind und auch bei Hauterkrankungen eine Rolle spielen. Und ganz wichtig an dieser Abbildung ist Folgendes hier. Ihr habt hier einmal zwischen zu viel und zu wenig und man muss eine angemessene Versorgung haben. Das ist für jedes Mineral natürlich unterschiedlich, aber in unserer Bodybuilding Community oder Fitness Community ist ja häufig die Meinung, viel hilft viel und das gilt sowohl für all die genannten Substanzen als auch für Zink, Kupfer und Eisen eben genau nicht. Nicht viel hilft viel, sondern hier muss man wirklich sagen, eine optimale Versorgung, aber auch nicht zu viel. Und leider ist es so, dass man manchmal doch auch Geld investieren muss, um Nährstoffspiegel bestimmen zu lassen und sich damit auseinanderzusetzen, wie bin ich denn eigentlich versorgt. Genau. Und das sind meine abschließenden Worte hierzu. zwar wieder lang und kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen einen Mehrwert liefern, wenn es euch gefallen hat. Bitte abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da und wer sich für die Substanzen interessiert, ein paar haben wir da von eurem Shop. Insofern einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. damit ein paar bis zum nächsten Mal. Ich versuche, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.